Bist du dir sicher, dass wir das hier so aufnehmen sollen? Das ist genau so. Ich mein, das ist dein Video, aber also... Ja. Okay. Du behauptest in der Quali, du fickst hier jeden weg, doch bewegst dich direkt mit grad mal 4 FPS. Stehst vor dem Graffiti und man sieht dir an, dass du dich da ziemlich cool fühlst, aber wüsstest nicht, was das Ganze heißt, hast du vorher nicht gegoogelt. Du vor dieser Mauer, find ich angebracht, denn jetzt checkt es jeder, du hast aufwand falsch verstanden. Ey, und dann die Performance, Junge, sag mir, was geht denn da ab? Zeigst deine Fresse, weil halt keine Maske da war. Rettst bei jedem kleinen Stress zu deinem Vater, atmest einmal zu schnell und kriegst dann direkt deinen Kater. Null Charisma und dauernd nicht wirklich Tatendrang. Hashtag Newcomer, was, hast du denn schon angefangen? Als ich die Paulung sah, da bekam ich Panik. Hoffe, dass die Jury dir die Punkte nicht auf Spaß gelegt. Da klar, legst du bald ne kranke Post, traf wohin, aber zeigst mir eigentlich nur, dass ich ein Top-Favoro bin. Du verrierst es gegen Ivan, gegen Ivan. Ja, du verrierst es gegen Ivan. Du bist hier rausgeschmissen, in dem Direktvergleich ist ein Sound. Beschissen, du hast teilgenommen und es weiterkommt. Aber leider hast du in dem Bett und keine Chance. Gegen Ivan, gegen Ivan. Ja, du verrierst es gegen Ivan. Gegen Ivan. Ja. Ja. Ja, du verrierst es gegen Ivan. Ja.